Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial. Thema heute ist aus dem etwas obskuren Bereich und zwar eine Design-Vorgabe. Ich habe mich letztes Wochenende mit ein paar anderen InDesignern getroffen, war glücklich und zufrieden, dass wir das Wochenende nicht über jede Speisekarte geredet haben und am letzten Tag findet einer auf der Straße genau dieses Bild hier, was man sehen kann. Das ist so ein Parken-Verboten-Zeichen oder ähnliches, was einfach auf den Bogen gemalt wurde und einer von uns sagte natürlich, wie baut man das denn bitteschön in InDesign? Und das hat mich ein bisschen angespornt, das habe ich als Rätsel mit nach Hause genommen und das versuche ich jetzt mal zu klären, wie baue ich solch eine Kontur hier in InDesign. Die erste Geschichte, wie wir eigentlich drauf gekommen sind, dazu gehe ich mal raus aus dem Layout-Modus. Ich male jetzt hier einfach mal das normale Viereck rein. Man sieht schon, hier ist das Kreuz drin sozusagen, hier ist ein Rahmen außenrum und die Problematik dabei ist aber, wenn ich jetzt wieder rausgehe und in den Layout-Modus reingehe, dann sehe ich schon, da ist aber keine Kontur. Das heißt, ich kann auch in dem Fall jetzt natürlich sagen, machen wir hier eine Kontur außenrum, die gilt aber nur außen, das reicht nicht. Daher die Frage, wie baut man das? Idee Nummer 1, die ich hatte. Wir machen das Ganze mit einer Tabelle. Das heißt, man sieht, ich habe jetzt ein 3x3er Raster, fülle das Ganze oben und auf die Außenseiten bis auf die mittleren jeweils mit einer Kontur außen und hier habe ich einfach diagonale Linien reingebaut, dass das geht. Wir sehen schon, das Ganze hat ein paar Lücken, weil wenn ich jetzt mal eine Spalte markiere, genau der Inhalt wird mit einer diagonalen Linie versiehen und hier außen, dieser kleine Bereich im zweiten, das da oben, was hier fehlt, das fehlt da leider nicht. Nächstes Problem, die Größe stimmt nicht, die Linien oben und unten, also jeweils die ersten, die sind ein bisschen zu dick. Wenn ich das jetzt anpasse, das habe ich schon mal vorbereitet, auf der nächsten Seite, wenn ich da jetzt sozusagen hinspringe, dann sieht man schon, das sind keine diagonalen Linien mehr. Das heißt, die Idee habe ich relativ schnell verworfen, weil es auch in der Umsetzung halt nicht sauber funktionieren würde. Ich könnte es jetzt zwar mit 8 Spalten probieren, nur Ähnlichem, aber das soll es nicht sein. Daher der nächste Ansatz. Ganz einfache Geschichte, wir nehmen ein Viereck, das habe ich jetzt hier mal gemacht und wir nehmen zwei diagonale Linien, das sind die anderen beiden, die kann ich jetzt auch mal wegbewegen. Das ergibt dann genau das Prozedere und ich lege schön weiße Rahmen da auf. Die kann ich jetzt auch zusammen anklicken und mit der Alt-Taste jetzt beispielsweise in beide Richtungen so adaptieren, wie ich es gerne hätte. Sieht schön aus, lässt sich aber ganz schlecht mit Armen, lässt sich schlecht ausrichten, lässt sich schlecht anpassen. Auch damit war ich nicht sehr zufrieden. Daher die nächste Variante. Das Ganze ist ein Rahmen. Da hängt auch nichts drauf oder drunter, bis auf die Kante. Auf die Kante habe ich jetzt einfach statt den weißen Elementen ein schwarzes gelegt. Das heißt, das ist ungefähr dasselbe mit der Einschränkung, dass ich jetzt nicht mehr drei Flächen brauche, sondern eine. Die Strichelung hier, und das ist einer der Ansätze, ist, die Strichelung bekomme ich hier mit einem Konturenstil. Wenn ich mal auf die Konturen gehe, hier ins Fly-Out-Menü und sage Konturenstil anzeigen, dann habe ich hier einen eigenen angelegt. Und den habe ich so angelegt, dass ich gesagt habe, macht mir eine gestrichelte Linie, macht die sehr lang und groß. Das heißt, ich gehe jetzt mal absichtlich ein bisschen kleiner, dann sehen wir schon, das ist jetzt 100 Millimeter. Und wenn ich den jetzt entsprechend groß setze, dann passiert genau das, was ich gerne hätte. Hilft mir aber nur bedingt weiter, weil ich habe ja hier immer noch diese eine Lücke hier außen. Wenn ich das hier mal weglösche, sieht das auch nicht so toll aus. Daher die nächste Idee, ich nehme genau dieses Objekt, ohne diese Linie hier rüberzulegen und nutze dann ein Werkzeug, was man eigentlich so gut wie nie in InDesign benutzt, und zwar die Schere. Die Schere befindet sich hier unter den normalen Werkzeugen, die man sonst benutzt, also ein bisschen im Nirvana. Und wenn ich die jetzt nehme, in diese Ecke reinklicke, wo ich eigentlich keine Linie haben möchte, dann öffnet mir InDesign den Pfad und das bedeutet, die Kontur läuft weiter, genauso wie ich es gerne hätte. Und damit habe ich in zwei diagonalen Linien, mit zwei diagonalen Linien und einer Kontur außenrum, habe ich das Objekt gebaut. Und das kann ich jetzt halt eins zu eins so benutzen. Ich gehe mal auf Seite 1, um zu zeigen, das ist auch ungefähr das, was ich hatte. Das heißt, zwei Pfeile sozusagen an den Ecken. Pfeile gehen übrigens nicht, weil die sind eben nicht symmetrisch, sondern der eine Pfeil hat einen anderen Winkel als der hier. Hier außen habe ich jetzt mein gezogene Kontur und in der Mitte zwei diagonale Linien. Und wenn man das, wie gesagt, noch ein bisschen anpassen will, dann kann man darüber den Konturstile gehen. Ich weiß nicht, ob es die beste und eleganteste Methode ist, aber es funktioniert auf jeden Fall. Das ist, wie gesagt, sowas, womit sich InDesigner manchmal auch in der Freizeit beschäftigen, wenn sie Lust und Laune haben. Vielleicht habt ihr eine bessere Lösung? Dann immer her damit. Würde mich freuen. Wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder mit einem Tutorial, was vielleicht mehr Relevanz zum Arbeitsalltag hat. Und auf Wiedersehen.